Okay, danke! Mr. Sound, seid ihr gut drauf? Sind wir gut drauf? Ich hab ein bisschen Atemprobleme heute. Ich kann doch im Moment das Quetzchen nicht mehr richtig gut halten. Klingt mir irgendwie das rechte Knie so weh. Was soll's was geben? Wie ist das? Arthrosen, oder so? Ja, genau, das ist das Wetter. Was war das für uns, oder? 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 So, und dann kannst du entweder darüber eine Pause gehen oder nicht, oder wie möchtest du das machen?